Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist heute wieder der liebe Epic. Hallo! Oh, und Moment mal, Epic, wir sind hier vor einem richtig süßen grünen Türchen. Und warte mal, da draußen wartet einfach eine Alien-Armee auf uns, gegen die wir kämpfen werden. Und Moment mal, das Ganze geht sich auf fünf Wellen verbreiten. Das heißt, wir müssen fünfmal gegen die antreten. Vielleicht sind manchmal neue Monster dabei, ich weiß es nicht ganz. Und in jeder Welle bekommen wir hier eine neue Chest. Und schau mal, hier sind schon zwei Sachen drin. Ähm, ja, erstmal hier Gold mitgenommen. So ein paar Schneewelle, das ziehe ich mir mal an. Dann habe ich hier auf jeden Fall das Holzschwertchen. Und ich bin sehr gespannt, wie das, naja, passieren wird und sein wird und alles Mögliche. Und nicht winken, wir werden jetzt kämpfen. Oh, oh, das wird so nice, wir werden die ganzen Aliens wegschätzeln. Oh, sehr nice. Okay, Moment mal, da würde ich sagen, wir betreten hier mal alles. Und dann geht's schon los. Oh, und Moment mal, das hier ist der kleine süße Ersteller von dem Spiel. Und wir müssen den beschützen. Wenn er stirbt, dann haben wir verloren. Oh Gott. Das kannst du gar nicht gut. Was sind das denn hier für... Die sehen so gruselig aus, okay, Katja? Die sehen richtig gruselig aus. Wir müssen so gut aufpassen. Aber die wollen uns erstmal wegschätzeln, das ist sehr gut. Okay, Moment mal. Es gibt auf jeden Fall hier zwei Wege, denke ich mal. Zack und zack. Das sind viele, das sind viele. Oh ja, ich helfe dir, ich helfe dir. Danke, 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 danke. Oh, warte, da kommt auch noch einer. Die sehen aber auch irgendwie ein bisschen süß aus. Die sehen aus wie kleine Schnecken. Oh, das stimmt und Moment mal, die erste Welle haben wir geschafft. Okay, das war auf jeden Fall einfach mal schauen. Ah, nice, guck mal. Nee, warte, das will ich jetzt. So. Oh. Und das will ich auch. Oh, das will ich. Okay. Und das will ich auch. Okay, warte mal, dann ziehe ich mich erstmal hier so an. So und so. Und dann kommen wir direkt zur zweiten Welle. Oh ja, das ist natürlich so gut. Zweite Welle. Und starten. Oh, und warte mal, hier ist noch ein bisschen Erfahrung. Bitte kommen. Oh, oh, okay, warte mal. Ich bin richtig doll gespannt, ob die Aliens jetzt stärker sein werden. Stärker oder mehr? Oh. Das sind neue. Das sind neue. Boah, was steht hier? Das ist vor allem, die sind auch richtig doll schnell. Wir müssen wirklich so gut aufpassen. Oh, oh. Da ist noch ein Alien. Haben wir jetzt drei Wege? Kann es sein? Oh, ähm, Epic ist einer ganz nah am, 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 am Ersteller, am Ersteller. Oh. Oh, Gott, pass mal auf. Okay, warte mal. Ich glaube, wir haben jetzt tatsächlich hier so drei Wege. Da kommt nochmal so eine Schnecke. Oh Gott. Oh, oh. Oh, oh je. Hier, den schnetzen wir noch weg. Den schnetzen wir auch weg. So, zack, zack, zack. Oh, sehr gut. Okay, warte mal. Da kommt noch einer. Oh, man muss hier voll den Überblick behalten. Das stimmt. Da ist auch noch einer. Aber wir haben es gleich geschafft, tatsächlich. Und... Oh, was? Das ist ja richtig doll einfach. Das ist echt nicht schlecht. Okay, Moment mal. Jetzt kriegen wir beide bessere Rüstung. Das ist auch super. Du kannst gerne das Steinschwertchen nehmen. Oh, danke schön. Dann rüste ich mich mal ganz kurz aus. So und so. Oh, nicey. Was gibt es hier noch? Ähm, ein Hähnchen. Das brauche ich gerade gar nicht. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen schon zu Welle 3. Ich muss sagen, wir schaffen das ganz gut eigentlich. Das stimmt, Karte. Das war auch wirklich richtig doll viel Spaß. Und ich bin jetzt wirklich so doll gespannt, welche Aliens jetzt kommen. Oh, oh. So, warte mal. Da kommen die ersten. Das ist wieder dieser Augen-Alien. Oh, ganz viele Schnecken kommen. Ganz viele Schnecken kommen. Schneckis. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, die haben wir auch weggeschnetzelt. Vielleicht kommen wieder neue. Weil weiß. Das kann sein. Oh, das wieder. Oh, die sind wieder weggeschnetzelt. So, und dann, was ist hier noch? Das ist auch eins. Oh, oh. Wieder ein Auge. So, was gibt es noch? Ähm, hier ist eigentlich gerade gar nichts. Jetzt, denkst du, wir können hoch in diesen Turm? Ich bin mir nicht ganz sicher. Was ist du denn? Das ist ja richtig. Oh, der kann explodieren. Was? Oh, pass bloß auf, Karte. Pass bloß auf. Das ist einfach ein Creeper-Alien oder so. Ich weiß es nicht ganz. Hier ist wieder eine Snacki. Oh, und Moment mal. Wir haben es schon wieder fast geschafft. Ich muss sagen, wir sind echt gut da drin. Also, egal was wer sagt, wir sind echt gut drin. Oh, ja, moin. Okay, also ein Diamantschwertchen, das ist schon nicht schlecht. Das stimmt. Wir sind jetzt in Welle 4 gleich. Das macht wirklich richtig viel Spaß. Und warte mal, ich glaube, jetzt werden die Aliens doch viel, 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 viel stärker. Das kann gut sein. Okay, warte mal. Mal schauen, welche auch noch neu dazukommen. Und ich würde sagen... Äh, was denn? Oh, Moment mal. Oh, es ist dieser Creeper-Alien. Ja, 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 ja. Oh, hör auf. Okay, dann kommen wieder gleich ein paar Schneckchen. Und, Moment mal, ich gucke mal. Kann ich denn nach oben? Guck mal, ich kann sogar nach oben. Oh, aua. Oh, okay, warte mal. Und zack, zack, zack. Der kommt weg. Und... Was ist das denn für ein Alien? Schau mal hier. Der blaue, oh, ist das süß. Was ist denn hier los? Oh, der riecht so viel aus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der hat große Beißerchen auf jeden Fall. Oh, das macht einer. Der ist so süß, Epic. Der macht doch einem gar nichts. Das stimmt. Oh, wie süß. Und der wird hier auch wieder weggeschnetzelt. Und zack und zack. Und wieder die kleine Schnecke. Oh, so cute. Und, Moment mal, ist wieder dieser Creeper-Alien. Okay. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Und ich glaube, dem Spielersteller geht es auch sehr gut. Hallo. Das stimmt. Da wird das Alien auch weggeschnetzelt. Und warte mal, ich glaube, wir haben es gleich geschafft insgesamt. Oh, ja, ja, ja. Wir haben es echt gleich geschafft. Also, ah, ja. Easy. Und, Moment mal, jetzt sind wir schon bei der fünften Welle. Also, wir haben echt gute Sachen. Vielleicht kriegen wir jetzt noch Fliege-Aliens oder sowas. Das stimmt. Das kann es sein. Das wäre so cool. Und wir sind wirklich schon so neu gut ausgerüstet jetzt gerade. Das stimmt. Okay, warte mal. Dann schauen wir uns das hier mal an. Mal gucken, was es jetzt gibt. Und wenn das schon die finale Runde ist, das war ja dann so einfach, Epic. Wir sind so gut. Das stimmt. Und, Moment mal. Das sind wirklich neue. Was ist das denn da hinten? Oh, ah. Ah, der schießt mit Pfeilen. Was ist denn hier los? Okay, der ist schon ein bisschen stärker, Epic. Der wird auch weggeschnezzelt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir müssen so aufpassen. Oh, der Blaue. Der ist auch so langsam. Was ist denn da los? Der sieht ja richtig süß aus. Und hier ist auch ein mieses, fieses Alien. Gott, das ist doch ein Alien. Oh, oh. Ja, ja, ja. Pass auf, pass auf. Oh, 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 oh. Warte, ich will. Oh. Oh. Er ist explodiert. Ja. Und Blau ist, oh. Ich würde ihn gerne streicheln. Das ist doch eins. Achtung, Katja. Oh, oh. Das ist eine kleine Schnecke noch. Hallo, kleine Schnecke. Du wirst auch weggeschnezzelt. Oh, oh. Und da ist wieder einer, der Pfeile schießt. Oh, oh. Und zack. Oh, oh. Und zack. Oh, und zack. Und zack. Sehr gut. Dann haben wir hier noch eine kleine Schnecke. Und eine, der explodiert. Oh, das ist so viel. Aua. Oh, oh. Das sind hier auch noch wieder zwei. So und so und so. Okay, das ist schon mal ein bisschen, aua, ein bisschen schwieriger. Ich muss auf jeden Fall mal was essen. So, vielleicht. Aufpassen, hinter dir ist ein Schnecke. So und so und so. Die wird weggeschnezzelt. Oh. Wir haben es einfach geschafft. Sehr gut, Katja. Oh, und Moment mal. Der Ersteller hat uns gerade gesagt, wir können jetzt einfach selbst Wellen erstellen. Und schau mal. Das sind die ganzen süßen kleinen Aliens. Und ich würde sagen, wir könnten was richtig Nices machen. Wir haben jetzt insgesamt hier fünf Wellen. Und wenn du möchtest, könnte jeder sozusagen eine Welle für den anderen machen. Und die fünfte müssen wir zusammen machen. Hier haben wir auf jeden Fall diese ganzen Eierchen. Okay, warte mal. Dann würde ich sagen, ich mache die zweite Welle. Du machst die dritte. Ich mache die vierte. Und die fünfte machen wir zusammen. Okay? Oh, ja. Okay, warte mal. Dann gucke ich erst mal, dass ich die da reinlege. Gut, dann fangen wir mal an. Ich nehme hier mal was raus. Das nehme ich mir noch raus. Und dann geht es los mit der ersten Welle. Ich bin so gespannt, wie du die gemacht hast. Und ich hoffe, dass es nicht allzu schwer wird für mich. Und, oh Gott, da kommt schon der erste als ob. Oh Gott. Und ich habe auch nur ein Holzschwert. Ähm, das ist okay. Oh, hier ist mal noch einer. Sehr nice. Okay. Dann haben wir hier die noch. Und hinter dir ist auch noch einer. So und so. Und bis jetzt läuft es ganz gut. Oh. Oh, der war ja richtig nah dran an dem. Oh, was ist hier los? Das ist ganz so gar nicht gut. Moment mal. Der wird noch weggeschnetzelt. Oh, das war die erste Runde. Und die zweite Runde, die hast du gemacht. Oh, oh. Ich bin so doll gespannt, wie die aussehen wird. Oh ja, warte mal. Zack und zack. Und die zweite Runde wird lustig. Ich sage es dir jetzt schon mal. Okay. Da ist wieder hier so ein Explodier-Alien. Dann, ähm, oh. What? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Wir müssen den auf. Oh Gott, oh Gott. Wir müssen den wegschnetzeln. So. Okay. Also, die gehen schon relativ weit vorne spawnen. Habe ich gar nicht gedacht beim ersten Mal so. Das stimmt. Und es sieht eigentlich ganz gut aus. Ich weiß nicht, wie viele du reingemacht hast. Vielleicht hast du auch 64 Steaks reingemacht von denen. Das wäre richtig, richtig doof. Moment mal. Der wird doch weggeschnetzelt. Und ist die erste Runde schon vorbei insgesamt? Ich bin mir nicht ganz sicher. Tja, ich glaube, da müsste noch was kommen. Oder ist hier vorne noch einer? Oh nein. Hier ist keiner. Doch, doch, da ist noch einer. Oh, oh. Und warte, da sind sogar zwei. Aber wir haben es gleich geschafft, sagt er. Okay. Das heißt, es ist, glaube ich, der Letzte oder einer der Letzten. Und ja, wir haben es geschafft. Okay. Erste Welle, die du gemacht hast, ist zu Ende. Dann schauen wir uns mal die zweite Welle an. So. Ich nehme das mal raus. Und, ähm. Was ist denn hier los? Ich bin so gespannt. Okay, warte mal. Wenn du ready bist, kannst du mitkommen. Und dann geht es los. Die zweite Welle, die ich gemacht habe. Oha. Okay. Ich hoffe, es ist alles so, wie ich dachte. Oh, oh. Ich bin so gespannt. Was kommt denn jetzt hier für Misefiese-Ellen? Womit bei Katja? Kommen nur die gelben Ellen? Ja. Das ist doch richtig schwierig, weil die können ja einfach mit Pfeilen schießen. Wieso wir das denn machen können? Und es waren so viele. Autschie. Ich kann gar nicht mehr machen hier. Oh nein. Ich will mich von jeder Richtung mehr wegstellen. Vor allen Dingen, ich habe einfach nur eine Axt hier insgesamt. Oh, oh. Wenn die kaputt geht. Aber ich glaube, du hast auch noch dein anderes Schwertchen. Schau mal. Der muss weg. Der muss weg. Und. Aber die machen schon gut Damage. Also so. Das ist nicht schlecht. Das stimmt. Die sind wirklich richtig. Ich rieche irgendwie so ein Fies. Moment mal. Oh, oh. Der wird weggeschätzt. Der wird weggeschätzt. Zack und zack. Oh, oh. Hilfe. Aua. Okay. Ich habe drei Herzen. Was? Die sind so gut. Das stimmt. Warte, Katja. Ich muss kurz was essen. Ich muss kurz was essen. So und so und so. Okay. Sehr nice. Okay. Hallo, Gegner. Katja, wie viele sind das denn? Was hast du mit einer Quatschmacher, wenn er schnellst? Das sind nicht so viele eigentlich. Also. Oh, Katja. Oh nein. Ich muss was essen. Drei Herzen. Drei Herzen. Wir haben es gleich geschafft. Wir haben es gleich geschafft, Katja. Dann ist es einer der Letzten oder der Letzte. Sehr gut. Das war meine Welle. Doch. Und jetzt kommt meine Welle wieder. Ja. Sehr nice. Okay. Das ist cool. Haben wir hier noch einen Apfel, den kannst du... Oh, ich habe so wenig Äpfel. Oh, oh. Ähm. Okay. Warte mal. Dann ziehen wir uns erst mal an und gucken mal. Oh je. Wenn ich jetzt nur einen Apfel habe. Aber wir haben dafür Diamantrüstung. Stimmt. Und warte mal. Jetzt kommt meine lustige Welle, Katja. Das wird sehr nice. Oh, oh. Oh, ganz viele Würmlies. Hallo. Würmli, Würmli. Oh, die mag ich am meisten. Die ist wirklich richtig süß. Oh ja. Okay. Warte mal. Da ist noch einer. Kommen hier nur Würmlis. Äh. Vielleicht. Okay. Moment mal. Oh, da ist auch noch was. Hier kommen wirklich nur Würmlis. Was ist das denn? Oh, oh. Ganz viele Würmlis insgesamt. Da ist auch ein Würmli, Katja. Oh, oh. Weg mit dir. Ähm. Epic. Ich glaube, ich kann nicht mehr rennen. Oh nein. Und weißt du mal? Die Würmlis kann man so schnell wegschnetzeln. Die sind eigentlich richtig lieb insgesamt. Ja, ich glaube, so ganz so lieb sind sie auch nicht. Ich glaube, die würde ich auch am liebsten wegschnetzeln. Aber ich glaube, gegen Diamantschwert sind die schon sehr, äh, ja, annehmbar. Warte mal, Katja. Ich glaube, das war der letzte. Als ob das nur so wenige waren. Moment mal. Letzte, na, vorletzte Welle. Okay. Was ist denn hier los? Ähm. Aber wenigstens viele Äpfel. Moment mal. So und so. Das kannst du dir noch nehmen. Ähm. Dann gucken wir uns mal an, wie meine vierte Welle aussieht. Und dann kommt noch die letzte, die wir zusammen gemacht haben. Mal schauen. Ja. Ich glaube, hier habe ich so bunte, bunte Milche gemacht. Alles ist hier, glaube ich, vorhanden. Oh, ich bin sehr gespannt, welche Aliens jetzt kommen. Aber, ne, das ist wirklich richtig cool, dass wir selbst, ne, die Wellen erstellen können. Da ist schon ein Alien hinter dir. Oh, oh. Ja, ja, ja. Oh, pass auf. Und der blaue. Oh, okay, warte mal. Der kommt weg. Der ist langsam. Da kommt wieder so ein grüner, als ob du hier mit Pfeilen und Bogen schießt. Ja, ich beschütze hier alles von oben insgesamt. Wow, okay. Und warte mal, Kat, ich glaube. Ja, das ist der letzte. Ich habe meine Wecken schützt. Das ist der letzte. Komm her. Und? Nice. Das ist so gut. Okay, letzte Welle. Dann würde ich sagen, ähm, ah, ich kann mir einfach den oberen Teil von der Dia-Rüstung noch nehmen. Und vielleicht, äh, Essens hier. Ah, Goldäpfelchen haben wir sogar. Und ein bisschen Chicken. So, das ist super. Und Pfeil und Bogen. Guck mal, du kannst dir noch ein paar Pfeile nehmen, wenn du nicht schon welche hast noch. Danke. Danke. Easy. Okay, das bekommen wir gut hin. Oh ja, das ist die letzte Runde. Ne, die wir zusammen gemacht haben. Wie cool ist das denn? Und hier wird wieder richtig doll gut weggeschnetzelt. Okay, Moment mal. Ich glaube, hier haben wir auch ein paar mehr reingemacht. Aber wie gesagt, haben die anderen Wellen schon gut gemacht. Das werden wir jetzt auch noch hinbekommen. Oh ja. Und da kommen ganz viele weg. Ich glaube, die machen mir am meisten Spaß, diese komischen Raketen-Alien-Dinger, weil die kannst du mit einem Schlag einfach wegschnetzeln. Das ist sehr angenehm. Das stimmt. Aber die sind wirklich nicht so lustig, die ganzen Aliens, die wir hier wegschnetzeln. Ach, Mann. Und, Moment mal, das ging jetzt schneller als gedacht. Wir haben es einfach geschafft. Ich habe den einfach den letzten mit einer Rakete einfach so bam, weggeschnetzelt. Das hat aber so viel Spaß gemacht. Epic, Moment mal. Als erstes mussten wir gegen normale fünf Wellen kämpfen und dann konnten wir unsere Wellen selbst erstellen. Das hat richtig doll viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir hätten die ja noch um einiges schwerer machen können. Aber ich glaube, das hätte dann Jahre gedauert. Und du machst sogar Applaus aus. Sehr nice. Das war so cool. Wir haben die ganzen Aliens weggeschnetzelt. Und mein Lieblings-Alien war die kleine Schnecke. Die Schnecke war süß, aber der blau war auch süß. Mit den Zähnchen da. Mit den großen Hauern. Das war sehr gut. So, das war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.